es ist soweit tag der entscheidung samstag 19 november 2022 das finale und zwar mit österreich und brasilien die beiden mannschaften haben es geschafft sich durch das turnier zu kämpfen zu spielen und nun kämpfen sie um den fußballen world meisterschaftstitel 2022 die spieler sind bekannt der große star bei den österreichern durch krankel hier haben wir zico verkau alberto einige bekannte namen hier natürlich auch schachner braska und friedel konzil aber auch ein sehr guter torhüter leao bei brasilien ja hatte glaube ich nicht so viel zu tun aber wir werden sehen wie sich dieses finale entwickelt werden entwickeln wird vorab zeige ich ihnen aber noch mal tore von krankel alberto und zico die allerdings nicht im turnier sondern in vorbereitungsspielen erzielt wurden sie sind aber wunderschön und die möchte ich ihnen vor diesem endspiel nicht vorenthalten so und nun geht es tatsächlich los wer beginnt von den beiden schwarz ist oben schwarz ist brasilien die haben anstoß so dann wollen wir jetzt die zeit stellen hoffentlich klappt das alles richtig gut und perfekt schauen wir mal und der anpfiff zu zum endspiel der virtuellen beister zico gibt auf weil kauf weil kauf hat schon die erste chance dieses spiels schießt und da da ist ja tor 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 durch durch wer ist denn das rivelino was ja das ging schnell ein schnelles wm-tor das tut mir ein bisschen leid für die österreicher aber krankel ist vorne wird er gleich einen draufsetzen aber gehalten und hier von hinten kommt braska der schießt gehalten da war lea lea sehr gut ja ich bin selber überrascht und zum schnellen tor ich hätte es nicht erwartet ich habe auch wirklich österreich ein bisschen als favoriten gesehen hier kommt zico abgewehrt ja ja also die österreicher sind geschockt aber ich auch ein wenig ich sage es ehrlich revelino der tor schütze schießt drüber anstoß jetzt muss österreich sich fassen und ja alberto carlos alberto kann klären er spielt zu die brasilianer sind vielleicht ja souverän sage ich mal und friedel konziler hält von hinten der hat aber ganz schön verzogen ja kranke kommt noch nicht so ins spiel normalerweise ist er wirklich ein spieler der das entscheiden kann aber jetzt ist ja nur brasilien nur brasilien am ball und hier sokrates abgewährt ja jetzt wird es aber langsam zeit dass ich falkau abgewährt oben ist jetzt weit und jetzt hat sich kranke den ball einfach mal geschnappt was wird er denn machen da ja gar nicht schlecht gar nicht schlecht aber der muss jetzt mal fehler fehler von carlos alberto ist man nicht gewohnt und kranke hat eine gute chance und er hat nicht durchgezogen er hat nicht durchgezogen das muss man sagen jetzt wird aber kommt auch noch mal pro haska gut gehalten von lea aus sehr gut sogar gehalten was war das dass wir ja bei einer eigentor gewesen und kranke ist hier kranke ist da und carlos alberto kann einschreiten konnte über revelino der spielt zico in den lauf und zico könnte jetzt ja er zu schnell geschossen das ist falkau der sich diesen ball schnappt und hat den ausgleich geschossen schon wieder ein torwart tor unglaublich unglaublich ja ist das spiel ist das schon hat noch läuft noch 1 zu 1 jetzt wird spannend kann revelino hier sein zweites tor schießen ja er macht es im gegenzug 2 zu 1 für brasilien ein unglaublich spannendes spiel und das ist jetzt schach nette von dem man noch nicht viel gesehen er schießt ich glaube der torwart gerade noch dran einwurf und die brasilianer kommen jetzt nach vorne es ist zico zico mann o mann o mann jetzt herribert weber viel zeit haben die nicht mehr die brasilianer die die österreicher das ist kranke schacht davon hier drüben daneben das spiel ist bald zu ende das war natürlich jetzt schlecht einer und hier kommt carlos alberto handspiel spreistos für pro haska durch österreich vielleicht eine der letzten chancen pro haska macht die ecke selbst der ball wird weggenommen und ja ich glaube es ist gleich vorbei es ist vorbei brasilien hat 2 zu 1 gewonnen ja das so ist es kranke kam nicht so ins spiel wie man sich das vorgestellt hat ja es ist dennoch ein verdienter sieg denn die brasilianer haben das spiel bestimmt friedel konzil hat ein tor geschossen den ausgleich geschossen aber es war glaube ich zweimal revelino der ja für brasilien eingenetzt hat und wirklich auch im gegenzug gleich nach dem ausgleich ein verdienter weltmeister dafür hat österreich mit kranke den dreifachen torschützen des turniers ich glaube der ist torschützen kündig revelino hat zwei tore gemacht aber ich glaube der hat im verlauf der anderen spiele oder des turniers keins gemacht nur im alfmeterschießen das gilt ja nicht für die wertung des torschützenkönigs ja brasilien darf jetzt den titel entgegennehmen ja es ist ja kein überraschender weltmeister das wäre natürlich mit mit österreich mit diesem team anders gewesen aber ok ich hoffe das war für die zuschauer ein interessantes turnier es war bestimmt interessanter als dies oder das turnier das jetzt morgen in der wüste stattfindet bei dem auch deutschland mitspielt die sich am mittwoch mit dem 1 bei dem 1 0 immer mal nicht so ja mit ruhm bekleckert haben aber ja der tempo fußball der spannenden fußball sehen will schaut sich einfach noch mal hier diese fußballen world meisterschaft 2022 unter menzing auf diesem kanal an ich wünsche einen schönen tag ein schönes wochenende noch und ja gratulation an brasilien aber auch an den zweiten österreich und an den dritten unter menzing guten abend